Jo Leute, was geht ab? Hier ist der Lance, heute wieder mit einem kleinen Gameplay für euch. Und zwar heute mit Freaky Freestyle Friday am Karfreitag. Eigentlich habe ich Urlaub, aber ja, YouTube hat nie Urlaub, deswegen gibt es das Video auch trotzdem heute für euch. Aber wie ihr seht, dauert es nicht ganz so lange, knapp über 6 Minuten. Ja, und dazu hat mir der Jan heute netterweise ein Gameplay zur Verfügung gestellt. Link zu seinem Kanal natürlich in der Beschreibung, ihr solltet ihn alle mittlerweile kennen. Aber trotzdem, ist seine erste Nuklear-Team-Deathmatch auf der Map Exodus. Und ja, zieht euch rein, schönes Gameplay und herzlichen Glückwunsch für die Nuklear-Jan. So, ja, was gibt es zu erzählen? Ich habe ja letzte Woche gesagt, wir haben Fußball gespielt. Ich sage euch, wie es ausgegangen ist. Ich sage euch nur so viel, wir haben mega verloren. War ein richtig ätzendes Spiel. Ist gar nicht gut gelaufen. Ja, deswegen wollen wir da gar nicht so viele Worte drüber verlieren. Vielleicht das nächste Mal, wenn wir mal wieder was gewonnen haben. Ähm, ja, egal. Nur so viel. Der Platz war scheiße. Schiri war scheiße. Die, das Flutlicht war scheiße. Die Gegner waren scheiße. Und ja, so. Das sollten genug Ausreden sein für die schlechte Leistung. Und ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Ähm, wie ihr sehen könnt, der Bart wächst immer noch fleißig weiter. Bin gespannt, wie lange ich es noch aushalte. Mittlerweile ist er schon, ja, ziemlich lange. Aber egal. So, ähm, sonst war ich noch, am Sonntag war ich auf einer Kinopremiere von Eddie der Eagle. War ziemlich geil. Habt ihr die Hauptdarsteller getroffen, inklusive Hugh Jackman und so. Ähm, war geil mal zu sehen. Waren auch sonst noch ein paar andere Promis da. Und, ähm, ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und sonst gibt's noch, ähm, Bayern hat leider auch verloren, ähm, auswärts in Istanbul. Ähm, ja, haben am Ende leider zwei, drei Punkte gefehlt fürs Weiterkommen ins Halbfinale. Aber, ja, kann man nichts machen. Galatasaray eine sehr starke Mannschaft. Und ich denke sogar, die werden das dieses Mal packen und vielleicht sogar einen Titel holen. Und, ja, dann kann man nicht so traurig sein, gegen den Titel, ähm, Gewinner dann ausgeschieden zu sein. Aber, naja, trotzdem schade. Ähm, vielleicht nächstes Jahr und vielleicht klappt's ja mit der Deutschen Meisterschaft. Mal gucken. Ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden, ob es euch interessiert oder nicht. So, und da es, wie gesagt, nicht so lange dauern soll, würde ich sagen, fangen wir einfach gleich mal an. Ich hab mir heute nur drei Fragen rausgesucht und Frage Nummer eins. Von Muntl spielst du Basketball und oder Fußball auch in Real Life oder bist du nur Zuschauer? Ähm, ja, die Frage hab ich genommen, ganz lustig, weil einige in die Kommentare geschrieben haben, was geht du und Sport und sowas. Ähm, ganz ehrlich, seh ich so unsportlich aus? Äh, äh, keine Ahnung. Ne, ähm, stimmt sogar, ich mach nicht mehr so viel Sport wie früher, ähm, bedingt mit dem Alter, Arbeit, Zeit, YouTube und so weiter, wirst du ja Bescheid. Auf jeden Fall, ähm, ja, würde ich aber behaupten, bin ich immer noch relativ sportlich, war früher sehr, sehr sportlich, ähm, hab auch, ja, relativ erfolgreich, sagen wir mal, Fußball gespielt, ähm, Tennis gespielt und Basketball, ähm, Freizeitmäßiger. Ich geh auch immer noch gern mal im Sommer auf den Freiplatz, paar Körbe werfen, paar One-on-ones, Two-on-twos oder sowas zu zocken, ähm, macht mir Riesenspaß und mach ich auch sehr, sehr gerne. So, nächste Frage. Icarus fragt, Log war auch mal cool, äh, Vlog war auch mal cool. Vielen Dank, Digga, freut mich, wenn euch abwechselnd gefällt. Spielst du eigentlich noch Destiny und erwartest oder hoffst du auf etwas Besonderes im neu angekündigten April-Update? Mach weiter so. Ähm, das Update ist ja, glaube ich, oder die Inhalte sind ja, die Tage jetzt bekannt gegeben worden und ich habe eigentlich noch auf ein Raid gehofft, aber den scheint es leider nicht zu geben. Es gibt paar neue Story-Missionen, es gibt paar neue Ausrüstungsgegenstände und, ähm, ich glaube, neues Level-Cap und neue Arena und sowas. Ähm, ja, haut mich jetzt nicht ganz so vom Hocker, wenn ich ehrlich bin, aber ich werde es mir auf jeden Fall mal anschauen und ein paar Runden zocken. Habe schon ewig kein Destiny mehr gespielt, aber da werde ich es dann, denke ich mal, mal wieder auspacken. So, und dann, ja, sind wir auch schon bei der letzten Frage. Oh mein Gott, die sind wir bei vier Minuten. So schnell, glaube ich, waren wir noch nie, aber wie gesagt, eigentlich freier Tag für mich und, ähm, deswegen machen wir das Ganze heute ein bisschen kürzer und, ja, ihr könnt dann auch ein paar, ne, Ostereier suchen, ist heute noch nicht. Ihr könnt euch schon mal vorbereiten, dann als Ostereier suchen oder was auch immer, aber, ja. So, letzte Frage von Palm E. Junior, der fragt, Moin Lenz, Steuerung C, wie immer geiles Video, vielen Dank, Digga. Was hältst du von der Entwicklung, dass mehr Shooter in den Weltkriegen spielen, in Klammern, wie Battlefield 5 und was hältst du von den Shooter Battalion 1944, beziehungsweise ob du den Trailer schon kennst? Gruß, mach weiter so, schönes langes Wochenende. Das wünsche ich dir auch, wünsche ich euch allen ein schönes langes Osterwochenende, aber da kommen wir ja nahe noch zu. Ähm, ja, also ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon fix ist, dass Battlefield 5 im Weltkrieg spielen wird. Es war ja so, ähm, ähm, ja, so ein Gerücht, kann man sagen, weil da wieder irgendwas geleakt wurde und so. Ich hoffe es und ich finde die Entwicklung sehr geil. Ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, ähm, wie ihr wisst, vielleicht stehe ich auf die alten Spiele. Ähm, World at War, Call of Duty 2, die Weltkriegsshooter und so, da habe ich angefangen. Das sind meine Roots und das mag ich. Ich mag das Movement, ich mag die Waffen, ich mag das ganze Setting und so, die Atmosphäre in solchen Spielen. Und ja, das mögen mehrere Leute und die haben auch in den letzten Jahren das immer gefordert. Und, aber da ihr wisst, dass ein Spiel nicht von einem Tag auf den anderen umgesetzt wird, sondern das ein Entwicklungsprozess ist, der möglicherweise auch ein paar Jahre dauert, kommen die Spiele hoffentlich jetzt. Und, ähm, habe mir auch den Trailer angesehen von dem Bataillon 1944. Ähm, sieht sehr geil aus, gefällt mir richtig gut. Und das Lustige ist, das Ganze wird ja wirklich entwickelt von Leuten, die früher Medal of Honor und die alten Call of Duty Teile gespielt haben und wieder selber so ein Spiel haben wollten. Also, es könnte rein theoretisch wir sein, wenn wir Spieleentwickler wären. Ähm, einfach mal wieder ein Spiel bauen, wo man Bock drauf hat. Und wie gesagt, ich wünsche mir sehr, altes Movement, alte Waffen, hätte ich richtig Bock drauf und würde mich freuen, wenn mal wieder solche Spiele rauskommen und nicht so Advanced Warfare, ähm, Zukunftsgedöns. Das ist nicht ganz so mein Ding, aber, naja, kann man nichts machen. Man muss nehmen, was kommt. Und ich hoffe, bald kommen wieder Weltkriegsshooter. So, das war's jetzt auch schon. Das Gameplay ist ziemlich am Ende. Und, ähm, ja, ich würde sagen, ich wünsche euch ein wunderschönes, langes Wochenende oder restliche Ferien, je nachdem, ob ihr arbeiten müsst oder noch zur Schule geht. Ähm, ich muss leider wieder arbeiten am Dienstag, aber genießt jetzt erstmal die paar freien Tage. So, also, wie gesagt, haut da rein und ich würde sagen, wir sehen uns demnächst mit einem neuen Gameplay. Haut da rein, euer Lenz. Bitteschau! Bitteschau! Bis zum nächsten Mal.